Hallo, grüße euch Paraguay Live! Wie immer, liebe Grüße aus Paraguay! Vielen, vielen Dank für die netten, freundlichen Anfragen und viele von euch fragen ja auch, ihr solltet vielleicht ein paar Videos drehen über Reisetipps. Das heißt also, wenn ihr zu uns kommt, die meisten von euch wollen natürlich etwas sehen. Also nicht Woche, zwei oder drei Wochen bei uns bleiben, wäre zwar schön, aber man sollte sich auch das Land und die vielen schönen Ausflüge einfach mal wahrnehmen. Und deshalb, wir haben ein paar Freunde, die uns ein bisschen geholfen haben und ein Video zur Verfügung gestellt haben über Exkursiones Paraguay. Also schöne Reisetipps diesmal zu. Wasserparks, also erlebten Bärer, super Sache. Und der zweite Ausflug ist natürlich die größten, für mich persönlich die schönsten Wasserfälle der Welt. Also bleibt einfach dran und schaut euch das Video an, ok? Bis zum nächsten Mal. 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 Wie immer unten in den Kommentaren in der Beschreibung hinterlasse ich euch einige Links, wo ihr direkt praktisch auf die Seite kommt, die ich erwähnt habe und wie immer. Falls das Video euch gefallen hat, natürlich Daumen nach oben bitte, wie immer. Und bitte nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst, ok? Also bis dann, vielen Dank und bis zum nächsten Video. Mach's gut. Mach's gut. So gut. Gut. Outside.